Musik Letztlich habe ich Kerzen für die Adventszeit gekauft, liebe Zuschauer. Das haben Sie ja bestimmt auch schon getan. Und was erlebe ich? Eine Kerze spricht mich an. Du, Menschenkind, ihr freut euch an meiner Helligkeit und Wärme, die ich euch gebe. Und ich freue mich, dass ich für euch brennen darf. Wenn das nicht wäre, würde ich irgendwo in einem alten Karton rumliegen. Sinnlos, nutzlos. Sinn bekomme ich, wenn ich zum Leuchten komme. Aber je länger ich brenne, desto kürzer werde ich. Ich weiß, es gibt beide Möglichkeiten für mich. Entweder bleibe ich im Karton, unangerührt und vergessen im Dunkeln, oder aber ich brenne, werde kürzer, gebe alles her, was ich habe. Ich finde es schöner und sinnvoller, etwas herzugeben, als kalt zu bleiben und im düsteren Karton zu liegen. Schaut, mit euch Menschen ist es auch so. Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt für euch und es bleibt kalt und leer. Oder aber ihr geht auf die Menschen zu und schenkt ihnen von eurer Wärme und Liebe. Dann erhält euer Leben Sinn. Dafür müsst ihr etwas in euch selbst hergeben. Etwas von eurer Freude, von eurer Herzlichkeit, von eurem Lachen, vielleicht auch von eurer Traurigkeit. Ich meine, wer sich verschenkt, wird reicher. Je mehr ihr für andere brennt, umso heller wird es in euch selbst. Ich glaube, bei vielen Menschen ist es nur deswegen düster, weil sie sich scheuen, anderen ein Licht zu sein. Lasst euch doch Mut machen von mir, einer winzigen kleinen Kerze.